Herr Scholz, was sind Kronbiere? Das ist eine Beere, ja. Ich gebe Ihnen zwei Tipps, entweder das ist ein schwäbisches Bier oder die Kartoffel. Die Kartoffel. Was ist eine Kodoschaufel? Sowas ähnliches wie Teigwaren. Nicht ganz, es ist die bei der Kerbe von Kärschauf, die Kodoschaufel. Ah ja. Was ist Kselz? Ich würde auf Essen treffen. Genau, es ist Marmelade, also es ist Freshly Kselz, es ist Erdbarmarmelade. Und was sind Rossmugge? Da musste ich jetzt raten und ich glaube nicht, dass es sich um einen Zwiebelbraten handelt. Nicht ganz, es sind die Sommersprossen. Die Sommersprossen, ja. 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 Vielen Dank.